Mr. Duncan! Duncan? Verflucht! Wer hat ihn der Waffenkrieger getötet? Grünle. Ich war dabei. Lüge! Wer hat sie kappblütig erschossen? Lüge! Mr. Trüge! Sie haben sich alle wirklich versprochen! Alle! Sie sind Mörder, die Trüge! Alle! Mokashi! Ich kann dennoch einen dabei springen. Sind das die Waffen, die der Grünle geliefert hat? Ja! Und er hat Recht behalten! Sag einem Staat, er möge auf Renetur schießen. Aber wenn er... Sag ihm, dass sie auf Renetur schießen sollen. Willetur! Du siehst Mokashi, ich bin nicht unverfunkbar. Aber die Waffen und die Munition, die Grünle dir geliefert hat, sind unbrauchbar. Er wollte dich und all die anderen friedlichen Menschen hier nur ins Verderben stürzen, damit er weiter seinen schmutzigen Geschäften nachgehen konnte. Gründe! Verflucht der Hund! Er hat uns getrunken! Bleib schnell, Mokashi! Du wirst mich nicht bekommen! Niemand wirst mich bekommen! Ich habe verloren! Ja, verloren! Aber man muss ein Pärer verlierer sein von Kassi! Ich wollte leben durch meine eigene Macht! Und das Einzige, woran ich niemand hindern kann, ist es, meine eigene Macht zu sterbe! Fangen! 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 Fangen!